menschenskiner heißt heute hat kubi glück gehabt dass er mal erster ist dass ich ihn mal erster sein genau genau ist es nicht so ich denke mal ein eakulat hin ich kann ein bisschen er hat es ist mein eakulat ist runter gefallen ist das speed du bist du auf speed boah alter ich krieg diesen wandjump grad nicht hin ich bin mega schlecht gerade echt wenn ich kann saubern dass da plötzlich eine leiter ist hör auf damit äh 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 Ì falscher knopft immer wieder huuuu oh jetzt haste mein eakulat eingesammelt ich glaube es nicht noch ein bisschen pisse ne 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 das geht anders und ne wurst okay ich steig aus was steigst du aus ab hier ah ja deswegen steig ich kann überhaupt mehr ich hasse leitern sprünge noch gar nicht so schwer ja doch leitern sind unberechenbar sind böse tiere ja die tun voll hallo und kommt zu unserer dokumentation über die leiter die wilde leiter finden sie in vielen bereichen des haushalt gebrauch ist oh fuck war das knapp nein ich war so weit und ich habe zurzeit keine leiter mehr sonst auch keine kacke ist das ärgerlich selbst wenn schon kommt man leiter abbauen sind wir hatten schnelligkeitstrank geworfen kann man keine leiter abbauen wenn doch soll man gar keine leiter abbauen dürfen und dann halt auf der erledigt sowas kotzt einfach richtig an ich weiß die leiter sprüche kotzen mich auch an ja das die challenge man kriegt hier geschwindigkeit nico wegen der säule aber körper hat es ist die selbe höhe hier wegen der großen säule aus mehr oder weniger komplett close down da ist ein dings drin ne da hinten ist ein biegen aber scheiß drauf ein buff da hinten ist ein biegen die säule hier bringt gar nichts die hier bringt vielleicht was das stimmt okay das hast du aus aus der perspektive als ob das da rauskommt auf einmal ich war auch schon so weit er und dann das ist immer ärgerlich dann auch am anfang einfach nicht mehr schafft alter wenn man das dann den letzten sprung verkackt dann lache ich richtig hart ich habe nicht allzu viel zeit ich müsste gleich weg also jetzt um genau zu sein also ich lade beide jetzt absolut allein und bin dann weg also bis später dann ne ciao das kann mir perverse sagen machen vor aber auch schon ich freue mich wenn du in turm reinkommst springt er nicht los ich muss die sicht anders halten damit ich damit ich sehe so komm schon schaffst du ja gut gemacht hier war ich ja überall schon braver junge es sind einfach so viele ich habe noch 40 frames scheiße nico was na es lag ja es merke ich auch gerade hast du es nicht geschafft wegen dem lag nee er ist nicht gespannt nee wegen dem lag kann es nicht sein ich mache das nämlich gerade neu und ich habe ja ok 40 frames ist ruckele ich ganz weit kriegst du es nicht geschissen ne echt nicht gerade ich könnte noch ein paar hühner dazu machen fick dich oh oh test 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 wenn ich ein pferd dazu mache wie krass wird es da wenn die frames runter gehen 36 wir sind gerade schon ganz schön unten ne ja mir schwanken die gerade zwischen ähm ein paar werten halt geht es bei dir nicht mehr ich glaube es war 50 aber es lag trotzdem ganz schön jetzt geht es bei mir wieder jetzt habe ich 30 ja man kriegt vom vom beacon kriegt man welche kriegt man ähm speed und so ja ja speed der hat den harten stoff alter ich habe keinen bock mehr gibst du die challenge auf ja ok warte danke gerne geschehen welch level bist du? 7 ne warte 51 51 hat er sich gerade gemürtet? du kleine schlampe soll ich dir mal was zeigen ja? ja wiiiiiii na moin oh hehehe so papa hat eben äh sie hat er angerufen und äh und so weiter halt kommst du? ja ja hehehe was war das denn? oh wohin? okay ach ja okay auch jetzt hier mit speed ey das ist sau ungewohnt hm aber vor allem weiter über den ersten trübisch hehehe hehehe scheiße ah ich spring da mal drüber über den ersten biste er zu schlecht nee ich bin2016 deswegen License drüber nein neiiiiin aaaaaaaaah hehehe liebe cubi liebe ja neeeeeeein ne Sprintlag, Junge. Scheiße. Boah, weißt du, wir sind so blöd eigentlich, ne? Warum? Deswegen! Weißt du, nichts besser tun, als einfach mal mich zu hauen, ne? Ne. Alter! Boah! Alter, übelst geflogen, ey. Highway to hell. Ah, nee, warte mal. Hier, geh mal! Spinnst du? War ich so gut singe? Ach, ja. Nein! Ach! Nein! Noob! So close! And it feels like... Und so weiter. Das war jetzt nicht geil. Du musst aus dem Game oder auch mal wieder... Ich bin rausgeflogen, weil ich irgendwie nicht fliegen darf. Ich darf's. Aber du hast keine OP-Rechte. Ne, doch, hast du. Hey! Oh, hier fehlen die Leiter! Noch Alex! Hättest du dir von einer anderen Challenge genommen? Mhm. Boah, Alter. Was denkst du, du? Das kotzt du richtig an, weißt du? Wenn du die Challenge nicht schaffst, dann gut, dann lass das halt. Aber dann musst du die Web... ...nicht kaputt machen. Ja. Alter, ich krieg's nicht geschissen. Ey, du bist so schlecht. Ja, das... Ich bin einfach einzigartig und geil. Ich kill dich gleich, ey. Ich drück Slash Kill Cube Cube. Ich steh aber hinter dir. Alter, ich krieg diesen letzten Sprung nicht geschissen. Noch 200 Versuche, okay? Aushängt. Was? Scheiße. Die Maus hat gehangen. Ich konnte... Ich konnte nicht aufhören zu rennen. Ja, ja. Bam! Na, endlich. Okay. Äh. Ach, fuck you. Ähm. Ich setz mal hier Leitern dran, das wird sonst nichts. Ah. Achso, ich! Ja. Ja. Hab ja kein Game-Mod. Okay. Geht gut. LoL. Erster Sprung, guter. Erster Sprung, guter. Ich lass mal, ich lass mal 10 Minuten Zeit. Achso. Mindestens. So. Wie weit ist Nether? Gibt's da, da soll das Pferd da oben vor allen Dingen. Was? Könntest du mir mal Dings geben? Ähm, okay. Hast du nicht OP-Rechte? Nee. Test mal. Hab ich grad. Du hast nicht die benötigte Berechtigung, diesen Biffet auszuführen. So. Ich geh mal Pfeil und Bogen holen, das Pferd wegsnacken. Du brauchst ja noch ein bisschen. Ja, ich brauch noch zwei Minuten. Ich hab Betten dabei. Na, okay, ein Schuss. Ein Schuss, dann war's tot? Nee, da hab ich's runtergeschossen. Achso. Was war das für ein Geräusch? Hast du einen ziehen lassen? Nee. Oh, es hängt gleich. Alter, ich bin sauer der Profi einfach noch. Boah, Alter, ich hab übel das Schweinwerk gesnackt. Richtig fett. Alter. Oh, Around? Okay, easy. Alter, was ist halt los mit mir? Alter, was geht bei dir? Was geht bei dir? Kalle ist ja nicht da. Irgendjemand muss ja die Rolle übernehmen, ne? Die, ja, stimmt eigentlich, ne? Ja, und ich bin's halt nicht. Richtig. Erster Sprung verkackt. Das ist nicht. So geht's, ich brauch mehr Level. So geht's, ich brauch mehr Level.